Ich hab Pech. Du bist halt ein Foggel. Ich hab Pech. Du bist ein Foggel. Du bist ein Bessenfänger, ein Schilfrohrsänger, ein Teichrohrhänger, ein Baumläufer, ein Kleiber, ein Hinderdüren, Unterhoch, überall durchläufer, Silpsalpen, Weidenhopfen, ein Mönchsgrasmückel, ein Zaunkürig, du bist grösser, ein Tannenherr, vielleicht so etwas, oder ein Alpenbraunelli, aber der geht mir eben nicht ins Berge. Wobei jetzt von der Muskulatur her, es könnte auch Specht sein. Ja. Der Rückenmuskulatur ist schön gut ausgeprägt, der Weissrücken-Specht, die Zähne-Specht, das sehen wir jetzt nicht. Drahtflüste könnte so sein, das sehen wir auch nicht. Das ist ja schwierig, ja. Nein, einfach Pech. Ich weiss, was er möchte sein, er möchte ein Adler sein. Ja, wer will nicht ein Adler sein, aber Adler sind rar. Adler sind rar. Adler sind rar. Oder ein Meisel. Ein Meisel bist du noch klein, gell? Ein Blumenmeisel ist nicht schlecht. Zum Anfang ist das gar nichts Schlechtes. Nein, ich bin kein Meisel. Ja, super. Ein Mönchsmeisel, genau. Nein, ich bin kein Fogel. Nein, du kannst noch ein Wort zu mir schauen. Es könnten kein Weisser sein. Ja, doch. Ja, ich suche nur deine Identität. Ja, meine Identität. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, Perch, 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 Perch. Ja, Perch. Ich bin kein Fogel, nein, nein, nein. Ja, Perch, ich bin kein Fogel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020